Was ist denn hier? Was ist denn hier? Was ist denn hier? Hier fährt einer mit dem Auto! Was ist das? Das ist das Bodenkrieg? Oder was ist das? Was ist denn hier? 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 Ja! Was ist denn hier?! Warum spielt man genau RPG, Mami? Aber der Spawn ist zu dem nicht, der ist so weit hinten geboren, so ein bisschen. Das ist ein bisschen kleiner negativer Punkt, aber sonst muss er den Modus eigentlich cool. Weil ich ein bisschen länger den Modus spiele, ich glaube mal, ich bin dann auch nach der Zeit reinkommen. Ist nur noch ein bisschen weitläufig hier. Sind das überhaupt Zehner? Je mehr als 10 sind das hier drin. Ja, genau. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020